Pandemiebedingt musste die bedeutendste internationale Immobilienmesse MIPIM in Cannes zwei Jahre lang pausieren. Seit Dienstag ist es wieder soweit. Düsseldorf ist in diesem Jahr zum 22. Mal vertreten. Fester Bestandteil des Messeauftritts der Stadt Düsseldorf ist die Präsentation des Oberbürgermeisters am zweiten Messetag. Unter der Überschrift Hands-on Düsseldorf präsentierte Dr. Stefan Keller den Wirtschafts- und Immobilienstandort Düsseldorf. In seinem rund 30-minütigen englischsprachigen Vortrag sprach er auch einige der laufenden und geplanten Projekte in Düsseldorf an. Darunter unter anderem den Euref Campus und den Metro Campus.